Hi, und freust du dich? Ja. Du hast dich aber auch so schön gemacht für die Musik, ja? Ja. Großartig. Und auf jeden Fall... Der Mantel passt eigentlich nicht zum Kleid. Wie, der Mantel passt nicht zum Kleid, das ist perfekt, hallo? Na ja, die Farbe passt. Das ist ja kein Laufsteg hier. Du sollst ja zuhören. Ich weiß gar nicht, ob du mit dem Ding überhaupt noch zuhören kannst. Doch, gar nicht. Worauf freuen sie sich denn am meisten? Ich glaube auf den Klassik für Kinder. Deswegen habe ich sie auch mitgebracht. Hörst du viel klassische Musik zuhause? Ja. Ein bisschen. Spielst du ein Instrument? Flöte. Flöte habe ich auch gespielt. Blockflöte oder richtig Querflöte schon? Blockflöte. Sehr cool. Und, ist das zum Anhören? Auf jeden Fall. Sie bessert sicher. Also bei uns zuhause läuft nur Klassikradio. Echt? Ah, okay. Ja, jeglicher Versuch mal was anderes zu probieren von Pop bis Rock scheitert an ihr. Schöne Grüße an Holger Wehmhoff, ja? Ja. Echt? Du willst immer Klassikradio hören? Ja. Sehr cool. Wollte ich auch immer. Dann haben die anderen immer gesagt, ich bin blöd. Aber am Ende stehen wir beiden hier und freuen uns, ne? Ja. Cool. Viel Spaß. Dankeschön. Gerne. Herzlichen Glückwunsch nochmal, ne? Unsere Crescendo-Gewinner. Viel Spaß. Ciao. Ciao.